Es ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Aufregung. Der Tag der Champions. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit Karin und anschließend Gottschalk und Schmuck. Der Tag der Champions, heute in Sat. 1. Nur Weihnachten in Sat. 1. Der hat seine Stacheln. Wir nicht. Deshalb helfe ich meinem Körper mit gesunder Ernährung und Nestle LC1 jeden Tag. Mit dieser ganz besonderen Joghurtkultur. Die leistet einen Beitrag zur Stärkung meiner natürlichen Abwehrkräfte. Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Nestle LC1, ein täglicher Beitrag zu Ihrer Gesundheit. Willkommen im Leben, Eurocard. Ein schöner Tag. Wenn ich ein Tag mit freundlichem Diebels. Du schreibst und schreibst und schreibst und... Du bist zu alt für einen Computer. Hm, ja. Das ist jeden Samstag dasselbe mit dir. Ja. Du solltest das lieber deine Studenten machen lassen und mit mir auf den Markt gehen. Nein, ich muss arbeiten. Wenn sich meine Profis an den Start begeben, wird unser Garten zur Rennstrecke. Das Publikum tobt. Die Wettkämpfer geben alles. Aber wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, was glauben Sie, was dann passiert? Dann kommen Sie sofort zurück nach Haus. Toffifee, das ist zartes Karamell mit der Haselnuss, Nougatcreme und Schokolade. Es steckt viel Spaß in Toffifee. Viel Spaß in Toffifee. Jetzt mehr Geld vom Start. Wir sagen Ihnen wie. BHW, der Baufinanzierer. Schmuggelwetter. Echina Zea, das macht stark. Schützen Sie sich vor Erkältung und grippalen Infekten. Stärken Sie jetzt Ihre Abwehrkraft. Echina Zea, Stada. Rein pflanzlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sechs Phübis für Laura und eine große für Klaus. Fürst Bismarck. Für Genießer das wohl wertvollste Geschenk. Oh, Knödel. Selbstgemacht? Ja, mit Pfannen. Original Festtagsknödel. Freu dich auf Pfanny. Wo auch immer Sie sind, wie das Wetter auch ist. Neben dem perfekten Halt von Dreiwettertaft gibt es jetzt etwas ganz Neues. Zusätzliche Pflege. Mit dem ersten Pflegestyling von Dreiwettertaft. Es pflegt mit einem Vitaminkomplex, der in das Haar dringt, seine Oberfläche glättet und dem lebendigen Glanz verleiht. Und es gibt Ihrer Frisur lange, perfekten Halt. So haltbar kann Pflege sein. Dreiwettertaft Pflegestyling von Schwarzkopf. Hm, Knödel. Selbstgemacht? Ja, mit Pfanny. Original Festtagsknödel. Freu dich auf Pfanny. Dieser Sumpf scheint weit weg von Ihrem sicheren, gemütlichen Wohnzimmer. Dachten Sie, doch mit Playstation bedrohen die gleichen Gefahren Ihr kuscheliges, trautes Heim. Schauen Sie, das war Papa, Mama und der kleine Karl. So denkt daran Leute, unterschätzt niemals die Power von Playstation. Kontrollierter Pfannieranbau. Für Original Festtagsknödel gibt es jetzt zum Fest. Freu dich auf Pfanny. Kein Trick. Nass-Trocken-Rasierer von Panasonic. Jetzt schlumpfen Sie weiter. Die Schlümpfe. Nach Techno ist cool. Jetzt die Schlumpfen-Hits des Jahres auf dem neuen Album Megaparty. Folge 2. Die Schlümpfe. Auf CD und MC. Kerzen, Sterne, Glockenklänge, kalte Nasen, warmes Licht. Kinderherzen sehen Engel, Schneegestöber weiß und dicht. Weihnachtszeit, ich sing dein Lied. Er sieh, dass es dich gibt. Wege, die zusammenführen, alte Freunde neu bedacht. Wünsche haben, offene Türen, auf dem Weg zur stillen Nacht. Weihnachtszeit, dies ist dein Lied. Er sieh, dass es dich gibt. Herzen, die zum Himmel fliegen. Heller Stern im dunklen Stall. Der größte Wunsch für alle Frieden. Auf der Erde, überall. Weihnachtszeit, du schöne Zeit. Er sieh, dass es dich gibt. Zauberhafte Weihnachtsgeschenke von Walt Disney. Keine schlechte Idee. Deutschlands erfolgreichster Film. Der König der Löwen. Und Kapp und Kapper. Das Abenteuer einer ungewöhnlichen Freundschaft. Disney-Meisterwerke auf Video. So wird Weihnachten zum Fest. Durch unsere Hände gehen die besten Cafés der Welt. Jetzt haben wir einen Café geschaffen, der vereint Herzhofte und Milde Cafés zu einem neuen Genuss. Herzhaft und Mild. Probieren Sie jetzt Herzhaft Mild. Für nur 6,99 bei Chivo. Jetzt ist jeder Tag wie Weihnachten. Denn es gibt Cäsar Festtagsmenü mit feiner Gans. Cäsar für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu einer Weltpremiere. Gäste, Gags und gute Laune. Alles wie zu Hause, nur live. Mit Thomas Gottschalk. In Sat. Meine Gäste heute Abend sind Kathrine Neuf, Herbert Grönemeyer und Rocklegende Robert Palmer. Heute, 23 Uhr, die Harald-Schmidt-Show in Sat. Und im Anschluss an meine Show nochmal Rockmusik vom feinsten Barry White im Konzert. Der König des Soul. Barry White. Heute, 24 Uhr, in Sat. Ja, ja. Der Tag der Champions. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit Kevin und anschließend Gottschalk und Schmidt. Der Tag der Champions. Heute, in Sat. Noch acht Tage bis Weihnachten. Himmlische Zeiten für kleine Nachtschwärmer. Denn jetzt gibt es von Alete drei neue Abendbreie. Essfertig im Gläschen. Mit frischer Vollmich zubereitet. Mh, das ist gut und das schmeckt gut. Jetzt in sechs leckeren Sorten. Traumhaft frischer Geschmack. Alete. Alles Gute für Ihr Kind. Was kriegt Sie zu Weihnachten? Dieses Jahr gingen die Jungs zu Douglas. Denn da gibt's heiße Geschenkideen, die niemanden kalt lassen. Dolce Vita zum Beispiel. Von Christian Dior. Ein Duft wie das süße Leben. Und obendrein wird alles gleich echt cool verpackt. Douglas. Come in and fight. Die Jungs ist die shiny Muchas Leute. Der Lippen brauchen Schutz und Pflege. Ihre Lippen brauchen... Der neue Labello. Jetzt mit Vitaminkomplex. Schützt mit Vitamin E und pflegt mit Pro-Vitamin B5. Wann immer Ihre Lippen Schutz und Pflege brauchen. Lippen sprechen für Labello. Der Polo. So groß kann klein sein. Wann entdecken Sie das süße Leben? Dolce Vita von Christian Dior. Jetzt zu Weihnachten bei Douglas. Douglas, come in and find out. Wohin liegt das Geheimnis von edlen Tropfen in Nuss? Ich werde es Ihnen zeigen. Vier erlesene Obstbrände, zarte Schokolade sowie knackige Haselnüsse. Ein Königreich für Trump. Edle Tropfen, jetzt auch mit Obstlikören. Jungs, kann sein, dass jetzt Schluss ist mit unseren gemeinsamen Abenden. Wegen Gabi, wir kennen uns erst kurz. Ich weiß nicht, ob Sie mit uns ein Bier trinken mag. Aber ich, ich hab Sie für heute Abend eingeladen. Denn zum Wohl, meinst du, sie kommt? Sie ist halt was ganz Besonderes. Und gerade deshalb, weil sie ein gutes Holzen ja auch zu schätzen. Genau. Meine Gaben. Verfeinert mit ausgewähltem Hallertauer Aroma-Opfen. Holzen, die helle Freude. Der Polo, jetzt für 3,9%. Viel Auto, für wenig Mäuse. In der Woche sehen wir uns kaum. Deshalb gehören die Wochenenden alleine uns. Das heißt aber nicht, dass ich nicht merke, was um mich herum los ist. Denn für andere da zu sein, ist für mich wichtig. Schließlich mache ich es in meinem Job genauso. Vielleicht liegt es an Mitarbeiterinnen wie ihr, dass unsere Bank ein wenig anders ist. Dresdner Bank. Feature. Für Sie. Für ihn. Mein Sonntags-Kaffee. Gala Nummer 1. Mein bester Kaffee. Denn nur die ganze Buhne, frisch gemahlen, hat diesen herrlichen Duft und den vollen Geschmack eines großen Kaffees. Gala Nummer 1 von Edo Show. Mein Sonntags-Kaffee. Alkohol bei Lippenherpes? Stopp! So wie Rax. Gleich beim ersten Spannen oder Kribbeln. Das kann Herpes-Bläschen verhindern. Ruckzuck so wie Rax. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aufgepasst! Polaroid 636 PL-Kamera kostet jetzt 49,90. Unverbindliche Preisempfehlung. Fresenet. Fresenet. The Magic of Passion. Sie hatte die allerschönsten Haare, die ich kenne. Und dann wollte sie auch noch Pausenbrote tauschen. Das muss Liebe sein. Der Ängste, die wusste genau, dass ich Kraft Velveta drauf hatte. Der schmeckt dir auch am besten. So viel Gutes aus einem Liter Milch steckt im neuen Kraft Velveta. Deshalb schmeckt er so zartschmelzend und ist dabei so gut. Nee, nicht nochmal. Der neue Kraft Velveta. Die Milch macht ihn so gut. Ideen aller Kraft. Papa! Ich hab zur Arbeit. Wo sind unsere Weihnachtskalender? Ich hab jetzt so Tonländer. Na, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ständig gestresste und entnervte Eltern? Damit ist jetzt endlich Schluss, denn... Wozu braucht man eigentlich Eltern? Genau. Ohne Eltern ist nämlich alles viel lustiger. Und zu Hause geht endlich mal so richtig die Post ab. Ein Weihnachtsfilm nicht nur für Kids. Die Eltern sind von zu keinem Einwort. Eben. Wozu denn Eltern? Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr in Sat.1. Heute 23 Uhr. Harald Schmidt. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu einer Weltpremiere. Gäste, Gags und gute Laune. Alles wie zu Hause, nur live. Mit Thomas Gottschalk. In Sat.1. Der Tag der Champions. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit Kevin. Und anschließend Gottschalk und Schmuck. Der Tag der Champions. Heute in Sat.1. Kommt ihr? Euch krieg ich schon. Am liebsten lässt man sich von der Krönung, dem Westen von Jakobs Café, verwöhnen. Denn dem Verwöhnerroman kann keiner widerstehen. So hoch kriegst du uns immer. Ich weiß. Wenn das Verwöhnerroman ruft, kann keiner widerstehen. Schnell, Lucia, du bist in zehn Minuten dran. Kein Problem mit dem neuen Kraft Miraculipresto. Einfach Nudeln kochen, Soße dazu und genießen. Schmeckt unnachahmlich. Wegen Mama Miraculis einzigartiger Würzmischung. Neu Miraculipresto. Ideen aller Kraft. Burger, seid extra vorsichtig. Playstation 16, gibt es jetzt zu haben. Lasst euch nicht davon anstecken. Hä? Au! Weihnachten ist verwöhnen. Und verwöhnen ist die Krönung. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten. I love you. I love you, I love you. I love you. Love is a word you can't explain, love. Between love and madness lies obsession. Obsession for men, Calvin Klein. Tee ist Sehnsucht. Tee ist Frische. Tee ist Magie. Tee ist Leben. Tee ist Begegnung. Tee von Teekanne. Das Shoppen, Bestellen, Rund um die Uhr. Aussuchen, Anwählen, Ausprobieren. Buchen, Zugreifen, Vergleichen. Auswählen, Reservieren, ins Haus liefern. Schnäppchen jagen, Vorbestellen, Zurücklegen, Einkaufen. Let's is da. Tee Online. Der ultimative Online-Dienst. Ihr Anschluss an die Multimedia-Zukunft. Rufen Sie an. Deutsche Telekom. Neu von Gammon. Der exklusive Duft Roman Nature. Er unterstreicht die Persönlichkeit des Mannes mit einer aufregenden Komposition aus mediterranem Flair und frischen Moden. Roman Nature. Mit diesem Duft kann dir alles passieren. Neu. Roman Nature von Gammon. Harmonisch, fruchtig, aromatisch. Tee von Teekanne. Das Konto führen, abbuchen, umbuchen, überweisen, anlegen, sparen, Lastschriften, Wertpapiere, Kredite, Festgeld, Aktien, Kursentwicklung, Banken, Sparkassen, Zahlungsverkehr. Tag und Nacht Geldgeschäfte-Netz ist da. Tee Online, der ultimative Online-Dienst. Ihr Anschluss an die Multimedia-Zukunft. Rufen Sie an. Deutsche Telekom. Raue und rissige Hände. Verwandelt Atrix im Handumdring. Neu. Atrix-Aufbaukur mit Liposomen. Warum ist Mon Cherie zu Weihnachten eigentlich so beliebt? Ich weiß es nicht. Ist doch klar, die schmecken so schön frisch und fruchtig. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe und mein Liebster liebt nun mal Piemontkirschen. Naja, diese Piemontkirschen sind einfach ein wundervolles Extra bei all der Schokolade und dem Plätzchen. Diese Kirsche bringt mich zum Träumen. Und träumen tue ich gerne. Besonders an Weihnachten. Mon Cherie mit der fruchtigen Frische der Piemontkirsche. Ich weiß nur, ohne Mon Cherie darf ich Weihnachten nicht nach Hause kommen. Also dann, frohe Weihnachten mit Mon Cherie. Und jetzt noch der selbstgebackene Baumschmuck. Baumschmuck. Oh, alles angebacken. Backwerk, das anbackt und zerbricht, ist ein Albtraum. Aber ein Traum ist Top-Hits-Backpapier mit den neuen Backmotiven. Da kann nichts anbacken und nichts brechen. Denn es ist antihaft beschichtet. Alles gelingt bestens. Frohe Weihnachten mit den neuen Top-Hits-Backmotiven. Außenjob ist immer geschmackt. Obwohl ich nichts sehen kann, erkenne ich jeden Gast sofort. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Eduard. Guten Abend, Frau Avera. Arbeitet ihr Mann heute wieder lange? Da, da ist er ja schon. Ich erkenne ihn sofort an seinem Duft. Havanna Reserva. Der neue Herrenduft. Liebe trocken trinken als ein Trockenfeier. Henkel trocken. Nur die Liebe zählt zu Gast im Düsseldorfer Rheinstadion. Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München. 55.000 Zuschauer und eine Zuschauerin. Für die gibt es heute eine ganz besondere Überraschung. Was das ist und um wen es geht, das sehen Sie in Nur die Liebe zählt. Am Sonntag um 19 Uhr. Natürlich nur in Sat.1. Volle Stimme, volles Programm. Es war das Konzerthighlight des Jahres. Auf Wunsch tausender ihrer Fans zeigen wir es noch einmal. Die Kelly's Family. Weihnachten für alle. Sonntag, 10 vor 4, in Sat.1. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu einer Weltpremiere. Gäste, Gags und gute Laune. Alles wie zu Hause, nur live. Mit Thomas Gottschalk. In Sat.1. Dann war es dort alle. Der Tag der Champions. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit Kevin und anschließend Gottschalk und Schmuck. Der Tag der Champions. Heute in Sat.1. Nur noch acht Tage bis Weihnachten. I love Milka-Pralinen. Zarte Milka-Herzen mit feiner Nougat-Füllung. I love Milka-Pralinen. Für die, die dir am Herzen liegen. She's here. Girls just want to have fun. Der Opel Corsa. Irgendwann packt's alle. Walt Disney macht Weihnachten zum Fest. Mit zwei der schönsten Filme des Jahres. Was war das? Sehen Sie den neuen Weihnachts-Disney. Toller Spaß, Abenteuer und Romantik. Pocahontas und Santa Claus. Wie sehe ich aus? Amerikas erfolgreichste Komödie. Mit dem etwas anderen Weihnachtsmann. Eine schöne Bescherung. Rudolf, das gehört sich doch nicht. Santa Claus und Pocahontas. Jetzt überall im Kino. Monday morning, 4. July. 8. Floor Walk. Heaven's corridor. Passionata. Passionata. Das andere Wort für Temperament. Passionata. Weihnachten und Rocher. Tolles Geschenk. Genau das Richtige für deine Tochter. Fehlt vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsgefühl. So hoch? Ja. Wir müssten noch etwas Goldenes, was Leckeres dazu tun. So, so. Müssten wir? Hm, Rocher. Die hätte ich auch gern. Darüber lässt sich reden. Rocher von Ferrero. Damit Weihnachten noch ein bisschen goldener wird. In Amerikas ältester eingetragene Destillerie, Jack Daniels in Tennessee, beobachtet Frank Bobo jeden Tropfen Whisky so sorgfältig, wie Jack Daniels selbst es immer getan hat. Prüfen, probieren, hören, wie der Whisky läuft. Mr. Bobo hat Recht, wenn er meint, dass Instinkt und Erfahrung sich niemals durch Instrumente ersetzen lassen. Nach einem Schluck Jack Daniels werden auch sie ihm Recht geben. Jack Daniels, Tennessee Whisky. Willkommen im Leben, Eurocard. Ja, und dann schenke ich den Kindern noch was Süßes. Aber bitte nicht irgendwas, Mami. Na, hör mal. Wir kriegen Weihnachten so viel. Schenke ihnen lieber was wirklich Gutes, hm? Und was zum Beispiel? Na, Kinderschokolade, Kinderschokobons, Kinderübrache. Die guten Kinderprodukte von Ferrero in schönen Weihnachtspackungen, damit Kinderaugen leuchten. Da kriegen sie sogar beim Naschen noch eine Extraportion Milch. Woher weißt du denn? Hast du als Kind doch auch schon gekriegt. Stimmt, Mami. Die guten Kinderprodukte von Ferrero. Schokolade für die Extraportion Milch. Sicherer Schutz für kleinere Wunden. Das Wasserabweisen der Hansaplast Robustpflaster. Gut, wenn es da ist. Hansaplast. Da können Sie sicher sein. Wasser. 60% unseres Körpers. 75% der Erde. Fast 100% eines Kaffees. Der einzigartige Filter der Braun Aroma Select hält Kalk und Chlor zurück und sorgt so für reines Wasser. Für reinsten Kaffee-Genuss. Die neue Braun Aroma Select. Ferrero Küsschen. Vielleicht das Attraktivste, was man heute zum Knabbern hinstellen kann. Schade, schon alle weg. Und jetzt? Hallo, Freunde. Super, Uli hat Küsschen dabei. Guten Freunden gibt man doch ein Küsschen. Oder zwei oder drei. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ferrero Küsschen. Den Anrufbeantworter abhören. Anrufbeantworter abhören kann Geld kosten. Nur bei E-Plus ist das Abhören kostenlos. Das Clevere E-Plus. Ein Netz voller Ideen. Wer kann diesen Augen widerstehen? Kleiner Feigling. Oh, alle auf den Kleinen. Die Musik aus der Diamantenwerbung und andere sinnliche Musik. Jetzt auf Ronde Vodersinne 3. 102, 93, 78, 53, ich weiß nicht wie alt mein Opa ist, aber heute ist er viel jünger als sonst. Disneyland Paris. Kennen Sie jemanden, der nicht davon träumt? Ferrero Küsschen. Vielleicht das Attraktivste, was man heute zum Knabbern hinstellen kann. Schade, schon alle weg. Und jetzt? Hallo, Freunde. Super, Uli hat Küsschen dabei. Guten Freunden gibt man doch ein Küsschen. Oder zwei. Oder drei. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ferrero Küsschen. Nun spielt ihr schon zwei Tage den Maulwurf. Deine Freunde müssen doch auch mal nach Hause. Tommy, Jim hat auch deinen Lieblingskuchen gebacken. Maulwurf Company. Das Geschenk. Durch unsere Hände gehen die besten Cafés der Welt. Jetzt haben wir einen Café geschaffen, der vereint Herzhofter. Und Milder Café ist zu einem neuen Genuss. Herzhaft und Mild. Probieren Sie jetzt Herzhaft Mild. Für nur 6,99 bei Chivo. Also, das ist der Daim. Erkennen Sie ihn wieder? Ja, also ich weiß nicht. Jetzt vielleicht? Ich kann mich nur an seinen Geschmack erinnern. Umdrehen. Der war so knusprig. Ausziehen. Oh ja, das ist er. Der Anblick bleibt mir unvergesslich. Die zarte Schokolade und der knusprige Kachamellkern. Dein erstes Daim vergisst du nie. Auch als Pralinenbonbon. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu einer Weltpremiere. Gäste, Gags und gute Laune. Alles wie zu Hause, nur live. Mit Thomas Gottschalk. In Sat.1. Meine Gäste heute Abend sind Katrin Denöf, Herbert Grönemeyer und Rocklegende Robert Palmer. Heute 23 Uhr. Die Harald-Schmidt-Show in Sat.1. Und im Anschluss an meiner Show noch mal Rockmusik vom feinsten Barry White im Konzert. Der König des Soul. Barry White. Heute 24 Uhr in Sat.1.